Die Klasse der 11.2-jährigen Jungs aus Deutschland mit der Nummer 5. Pübers und Kresa! Aus den Niederlanden werden sie in Bad Bittas! Aus der Niederlanden werden sie in Bad Bittas! Mit dem 21.2. in Bad Bittas! Aus der Niederlanden werden sie in Bad Bittas! Aus der Niederlanden werden sie in Bad Bittas! Aus der Niederlanden werden sie in Bad Bittas! Aus Deutschland mit einer Nummer 5. Stammelfeld! Und die 183. Pübers und die Niederlanden werden sie in Bad Bittas! Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.